Tor 4. Tristan Keck, Kassel Huskies. Auch dieser Treffer fällt mit einem brillanten Kombinationsspiel ins Auge. McAuley mit dem genialen Pass aus der Drehung zu Keck und der hat auch noch genügend Zielwasser im Tank, sodass er die Scheibe sehenswert links oben in den Knick setzte. Der 27-Jährige wechselte vor der Saison aus Bad Nouem zu den Schlittenhunden. Für die Hessen erzielte er in der vergangenen Saison allein in der Hauptrunde sage und schreibe 31 Tore. Untertitelung des ZDF für funk, 2017